Hallo Freunde, willkommen zurück zu World Rally Championship 2 und diesmal hoffentlich mit Ton. Die letzten zwei Folgen, die musste ich leicht umstrukturieren und ich hoffe es war für euch okay. Mal was anderes, aber diesmal soll es wie gewohnt eigentlich nur mal weitergehen. Wir sind jetzt in der dritten Saison angelangt, in der Halbprofiliga. Ja, sieht man ja oben, Rennprogramm 2, Halbprofis, ah so. Dann widmen wir uns gleich mal uns den Wintercup. Der Wintercup eröffnet die Rally Saison der nationalen Wettbewerbe. Wer wird auf dem Eis gewinnen? Na toll, unser erster seit langem mal wieder Schneepiste. Da war eigentlich unser Elektro Fiesta, sag ich immer so. Das ist kein wirklicher Elektro, ein normaler Benziner denke ich mal. Ähm, schließen sie die Rally in 8 Minuten, schießt mich tot ab. Ja, das bekommen wir hin. Und ja. Wie gesagt, hoffentlich könnt ihr mir das verzeihen, musste mir dann was überlegen. Und ich wollte es eigentlich nicht nachkommentieren, weil das, ah, das macht sich ein bisschen blöd. Schnee, vereister Schotter, vereister Asphalt. Äh, das kann Heike werden. Wie gesagt, das, ähm, nachzureden, nach, äh, wie man auch sagen möchte, ist halt viel schwieriger als wie, wenn man jetzt live spielt und dann zu der entsprechenden Situation dann seinen Senf dazugibt. Aber, wie gesagt, hoffentlich könnt ihr nur verzeihen und holen wir mal was anderes. So, aufpassen hier, Schnee. Okay. Gut genommen. Und dann hoffentlich, ähm, wenigstens ein bisschen interessantes Thema aufgegriffen. Und, ja, ein bisschen Vergangenheit ausgeplaudert und, ja. Sehr gespannt, was eure Meinung dazu ist. Zwei Sekunden. Na ja. Na gut, wir sind jetzt ja jetzt bei der Halbprofis. Und da geht es dann doch schon ordentlich zur Sache. Oh, 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 so. Enger, links, drei, Sperre, außen. Links, drei, bleib mittig, durch, Nadelhöhe. Na ja. Gefahr, Sprung. Sprung? Sprung, 80. Sprung. Langsamer, rechts, drei, lang, Sperre, außen und innen. Ist nicht so sehr schlimm. Links, zwei, schneid nicht. In, rechts, zwei, 40. So, sieben Sekunden, okay. Bleib mittig. Ja, fast nicht ganz gut, der Vier ist auf dem Schnee. Gute Wahl. Sprung, Handbremse, so. Gegengelenkt. Schön, gekommen. Vollgas immer schon. Dritter Sektor, sind wir gleich durch. Langsamer. Schnee, ja, so. Okay, stehen Sie kommen. Ah, leicht geschliffen. Das wollte ich mal ja nicht, ne? 60, links, drei. Ach, wir wollen was, macht das richtig Launas Game. Wie gesagt, gerade das Spezial nochmal neu kommentiert. Speziell kommentiert. Ähm. Da habe ich schon aufgenommen, ohne... Ähm. Rechts, drei, eins. Die Sprache, die Sprache mit aufzunehmen. Und ja, da habe ich mir was an, ein bisschen was Spielzellers ausgedacht, als was zu nachkommentieren. Links, sechs, innen, rechts, fünf, innen, links, vier. Gebladert, gelabert, als Laverstöhn. Alles klar bei dir? Ja, alles klar. 15 Sekunden, ne? Wir liegen wieder vorn. Aber schon mal nicht so schlimm wie vorher bei der Anfänger mit 40, 30 Sekunden. Links, vier. Langsamer. Rechts, zwei, innen, links, zwei. Oh, ne, oh, oh, ein bisschen akzeptabel. Naja, wir sind ja auch jetzt bei der Heilprofis, ne? Möchte ja auch mal ein bisschen, ähm, Anforderungen haben. Unser Elektroauto hier, das klingt echt furchtbar. Gibt alles Sprung. Oh, oh, langsamer, langsamer. Langsamer, rechts, zwei, innen, links, drei. Zum Schluss. Oh, leicht gestreffen, möchte ich mal sagen. Möchte ich mal sagen. 19 Sekunden ist ein akzeptabel wert. Folgen Sie den Anweisungen Ihres Beifahrers, um bestmöglichen Kurven zu fahren. Reparatur bestätigt. Schnee, selbe Strecke, denke ich mal zurück. Diesmal haben wir noch eine andere Perspektive. Jetzt, los, los! Links, zwei, innen, rechts, drei. Machen wir mal, machen wir mal nach. Lenkrad. Sprung, ich kann es nicht aufnehmen. So, haben wir mal die Sicht des Fahrers. Damit das Fahrers nicht, das nahe Lenkrad ist. Leicht, vielleicht zu schnell gewesen. Rechts, vier, innen, links, drei. Lange, das packen wir mal. Hammer. Vorsicht, enger, bleib mittig. Rechts, sechs, innen, links, fünf. Rechts, sechs, 60. Rechts, drei. 60, links, drei. Ja, das sieht gut aus. Und ich hoffe, dass es diesmal, ähm, diesmal bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass alles wie gewohnt wieder funktionieren soll. Ähm, Aufnahme bekommen, Aufnahme, Aufnahme gedrückt. Raps läuft, glücklicherweise. Also, das wär's ja jetzt, äh, Sprach, Sprach, Sprachdatei aufnehmen, Sprach, Sound aufnehmen, aber, das Spiel vergessen, aber nehmt. Rechts, drei, lang, bleib mittig. Das läuft, elf Sekunden. Das ist sehr schön. Das gefällt mir. Langsamer, Aufnahme, Aufnahme rechts. Sehr schön, sehr, sehr, sehr schön. Nice. Kurz, kein Crip, sehr logisch. Links, drei, lang, bleib mittig. Na, gut, haben wir eng genommen. 60, rechts, drei, lang. Ah, und, dritter Sektor. 16 Sekunden. Super wert. Vorsicht, Sprung. Sprung. Yeah, Sprung. Sprung, bleib mittig. Sprung. Sprung, 60. Mal wieder Sprung gehen. Vorsicht, Welle. Langsamer, rechts, drei, lang, bleib mittig. Ja. Oh nein. Zischt wird auf der Eisen. Ging aber noch. Halb rum, ja. Links, drei, sehr, lang, nehmt. Wenn wir das Trend gleich dann hier erfolgreich abschließen, zur hoher Wahrscheinlichkeit, was das Preisgeld und, ähm, der Erfahrung sagt. Rechts, fünf, schneid nicht, bleib links. Enger, in, links, vier. 60, Schikane links, schneid nicht, bleib mittig. Äh, schneiden. Oh, 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 oh. Haben wir schon genommen. 60, links, drei, in, rechts, vier. Das passt. So, da wollen wir aber noch nicht küssen. Wo wollen wir jetzt hier? Links, drei, in, rechts, fünf. Ha? Links, sechs. Rechts, drei, lang, öffnen. So, da bleiben wir schön stabil. Das ist wohl ein schlechter Reim. Äh, da bleib ich lieber bei Zeilen. Wer auch immer das ist. Links, drei, und Gas bis Ziel. Erst bis Ziel. Ne, Handbremse. Uh, und yeah. Das haben wir für uns entschieden, Freunde. So, schauen wir mal. 27 Sekunden, 47 insgesamt. Ähm, Amor, Amor, Amor. Äh, normal. Nicht außergewöhnliches. 80 Reputation. Reputation, Reputation, ja. Und 13.500 Credits. Ähm, Level 23 erreicht. Neue Farbe. Ähm, das ging ein bisschen zu schnell. Neue Lakio. Neue Veranstaltung. Okay. Hier blinkt was aus im Autohaus. Ein neues Muster. Das wollen wir uns natürlich nicht eingehen lassen. Für 1000. Ja, Hammer. Wollen wir die neue Farbe. Braun. 250 Hammer. Wollen wir. Gut. Ähm, Level 24 können wir erst neue, ähm, angestellte Mitarbeiter. Forschung zu einem Fähigkeitslevel 11 erforderlich. Effizienz 11 erforderlich. Okay. Sind wir noch ein bisschen weit weg. So, gehen wir mal zum zweiten Rennen. Zum Mitsubishi Knockout Tournament. Keil. Ein fantastischer Element. Oh, nein, nicht Elementar. Eliminier. 1, 2, 3. Elimanna. Eliminationswettbewerb. Es kann nur einen geben. Verfügbare Autos. Pwrc. Sind das die neuen? Oder sind das komplett andere? Auto? Ne, so ein Production. Mitsubishi Lancer Evo. 9. Ähm, Aufhängung. Cool. Ah, kann man zweimal verbessern. Coole Sache. Sponsor. Besiegen Sie Ihre Gegner. Erreigen Sie das Viertelfinale des Turniers. Wollen wir, haben wir, rein starten. Cool. Mal was Neues. Sieht ja fast aus wie Driften, ja. Lassen wir uns mal überraschen. Eine neue, neue, neue Aufgabe. Cool, cool, cool. Los starten. Trockene Asphalt, 100%. Das haben wir alles gelb. Aber das ist unwichtig. Okay. Ah, okay. Ich glaube, ich verstehe es. Machen wir mal die Nahperspektive. 60, Schikane links. Wir fahren im gleichen Purkur, nebeneinander, gegeneinander, so. Links, zwei, dann kehre rechts. Ah, hier muss man Präzision formen. Links, zwei und rechts, drei. Also, wenn ich mal ein bisschen ruhiger sein sollte, dann liegt das vielleicht. Links, zwei, dann kehre rechts. Und links, zwei. Und da Konzentration, ohne keine Unfälle zu verbauen. Links, zwei. Ich bin, ah, das ist geil, so ein Rennen. Ah, da bin ich weit vorne. Links, drei. Und rechts, drei. Ah, schön. Halbgas und rum jetzt hier. Rechts, zwei. Schikane rechts. Sehr geil. Mal was kommt, oh, oh, komplett anderes. Rechts, drei. Ruhe Asphalt, Präzisionshorn. Rechts, drei, kurz. Und dann da noch gegen einen Gegner. Mit einem richtigen Gegner, nicht immer auf Zeit. Dann mit einem richtigen Gegner, das ist geil. Oh, 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 nicht verkacken, nicht verkacken, mit Halbgas hier rum. Das hat jetzt ein bisschen Zeit gekostet, Mist. Okay, war toll, ja. Mist, zu früh. Handbremse. Also, die sind noch weit vorne, das passt. Schön hier rumsliden. Handbremse. Und rum hier. Schön. Der hälfte Hammer. Gucken, was die Zeit sagt. Oh nein. Na, kommt da noch ein Vorsprung oder sowas? Na gut, der ist ja noch nicht über der Hälfte. Denken wir ja um ordentlich Vorsprung, wie lange das schon dauert. Und rum hier. Kommt da, denke ich mal, noch eine zweite Runde, oder? Wir fahren jetzt auf den Seiten Parkour. So, das kann ganz gut möglich sein. Nee, kommt keine Zeit, das ist die zweite Hälfte rüber. Nee, ist dasselbe Parkour. Kehre rechts. Komm, komm, Gas. Traktionsprobleme. Schön gefangen. Haltbremsen. Schikane rechts. Rechts, rechts. Kehre links. Rum hier. Rechts, rechts. Und rechts, drei. Rechts, zwei. Sehr schön. Ziel ist nah. Und rechts, zwei. Rum, 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 rum. Überbrücke. Ja. Rechts, drei. Enger in rechts, zwei. Und kehre links. Und jetzt hier rein. Genau, perfekt. Rechts, zwei. Ich glaube, der Sieg ist unser Freunde. Dann haben wir das, denke ich mal, das Hammer. Links, drei. Ah, rechts, drei. So, und durch. Sie haben ihren Gegner besiegt. Sie haben das Ertappenziel erreicht. Jawohl. Das wollten wir auch. 2, 52. Er hat 3, 31. 38 Sekunden Vorsprung. Okay. Geist hochladen. Ich drücke jetzt einfach mal F3. Okay. Aktuell. Möchten Sie den Rekord und Geist in die Beste-List? Ach so, nö. Nö, nö. Das wollen wir nicht.